Die Wirtschaft, ihr habt ja Zeit, von Friedrich von Schiller, die zu Dius, Entschuldigung, gebissen kann man nicht, ich mach was anderes. Der König sprach, ihr kennt es schon zu sein, war sagen, mir ist die Uhr ins Scheißhaus gefallen. Der Hauskrieg sonst ermutiger Mann schaut sich die Sache bedenklich an. Dann reißt er von sich Helm, Hut und Jacke und sprengt in die wogene Kacke. Armer Mann, hörte man die Leute sagen, für 10 Mark will er sein Leben wagen. Aber wer ringt und verteilt mit Fleiße die wogene Scheiße und als er fassen wollte die Uhr mit Geschick, da scheißte ihn einer vom dritten Stock ins Genick. Der König sprach, wiederum ich dir verheiße, holst du mir die Uhr. Abermals aus dieser Scheiße. Der Hausknecht antwortet kurz und warst König. Den Rest könnt ihr euch denken, ne? Danke. Danke.